Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen. Mein Name ist Peter und Flo und ich begrüße euch zu meinem ersten Video zu PlayerUnknown's Battlegrounds. Ja, was ist eigentlich PlayerUnknown's Battlegrounds? PlayerUnknown's Battlegrounds ist ein eigenständiges Spiel von dem Macher der Armored 3 Mod Battle Royale, welcher auch an HNZ1 King of the Kill mitentwickelt hat und dieser hat sich scheinbar dazu entschieden sein eigenes Spiel zu entwickeln, basierend auf der Unreal Engine 4 und das Ganze befindet sich derzeit in der Beta und ist für 30 Euro jetzt vorbestellbar. Das bedeutet, ihr bekommt das Spiel und einen eigenständigen Beta-Key halt, damit ihr an der Beta teilnehmen könnt oder ihr holt euch die Deluxe Edition, welche zwei Beta-Keys enthält, wovon aber nur einer das richtige Spiel wird, beziehungsweise nur ein Key beinhaltet dann das richtige Spiel zum Release. So, und in dieser Runde spiele ich zusammen mit dem guten Sandy, welcher auch schon mal CSGO mitgemacht hat und mit welcher ich mich auch ab und an mal Armored 3 Battle Royale und der ich sie gezockt habe, ist auch schon länger her. Und ja, ich wünsche euch einfach viel Spaß beim Video. Ich fand die Aufnahmen ziemlich cool, deswegen guckt euch ruhig bis zum Ende an und lasst einen Daumen oder einen Kommentar und vielleicht auch ein Abo da. Oh, ich bin fast tot. Was? Die sind beim Baum, die sind beim Baum im Südwesten. Laufen zur Stadt, laufen in die Stadt auf. Da, wo ich bin oder was? Die laufen in deine Richtung. Ja, sind zwei. Oh mein Gott. Sind die schon da? Ja, die sind jetzt in der Stadt. Oh, ich sehe sie. Oh, die haben mich auch gesehen. Die sind in meinem Haus, ne? Ja, 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 ja. Kein Ach, ich bin down, ich bin down. Oh shit. Eines direkt unter deinem Gebäude halt, ne? Ich glaube, da ist noch eine dritte Partie oder so dabei. Der hat gerade von irgendwo anders geschossen. Fuck, wie soll ich jetzt? Ich krieg dich da nicht hoch. Der nächste, der zu dir rein rennt. Okay. Einer ist auf, die sind auf Weg zu mir, die sind auf Weg zu mir, die sind auf Weg zu mir. Ja, die laufen zu mir, die laufen zu mir. Nice. Einer ist rechts davon, rechts beim Traktor. Ich habe keine Muni mehr. Gar keine mehr. Ich habe nur noch Schrotwender. Der ist mit deinem Rücken gelaufen, glaube ich. Ich weiß es nicht. Ein Stein im Weg. Ich habe den einmal gehittet. Ich kann ja hier nicht rausjumpen. Sprengen, ducken oder so. Ich habe ihn. Nice. Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, 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 komme. Ich gebe Gummi. Oh fuck, das wird knapp. Oh fuck, das wird knapp. Das könnte ich aber schaffen. Vielleicht, vielleicht. Oh dieれ. Oh die wid車. Ballon, 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 Ballon. Oh my God. Na. Komm, 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 komm. 8, 2, 7, 6, 5, 4, Aber das waren ein paar Sekunden. Ach schatten. Heiße. Scheiß Dreck. Ja nimm dir im sechzehnten Visiere die ganzen Aufsätze Scheiß Dreck! Ist okay Okay der braucht's im Bunker Was hat denn die denn überhaupt so für Zeug? Ähm Karabiner? Ich guck mal schnell Also der den du grad mit der Pumpe gekillt hast hat hat den Karabiner der ich hatte irgendwie M16 oder sowas dabei oder eine Ska Texte den hier im Teams beginnst du Texte den hier im Teams beginnst du? Texte den hier im Teams beginnst du? Sagte mal der soll aufholen Pfff 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 Pff 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 hier passiert mich doch nicht einfach war er ist ein spiel rotet wahrscheinlich arg also es hieß der island oder des center ist denn des centers aber besser da habe ich jetzt island genommen hast du karabiner genau der hatte dieselbe m16 hatte der andere hat er hatte eine karabiner habe ich jetzt nicht noch geludet aber wieder dieses one shot heißen dreck eine sekunde mehr hätte ich wieder hochkommt warum ist das in jedem scheiß spiel so wenn man eine m4 hat und macht so ein cock drauf dass man trotzdem das ding sieht das eine zeit noch mal dass das m16 ist so behindert die m16 war nie dafür gedacht solche visiere zu haben und damals du hast ja du hast ja oben diese die reeling hat auf diesen griff dafür ist es wir haben jetzt haben die einfach nur modifiziert die tatsächliche ist halt die m4 a3 da ist das gar nicht mehr ich habe gerade ein auto gehört da oben sind die typen hast du meine weste genommen naja ich habe meine weste genommen sind die laufen die oder da sind sie ich eine angranate auch nicht hört mich jetzt bestimmt ich würde gut finden wenn noch sowas kommt wie weißt du hier so so sachen mal laufen leise und so schleichen also so perks weißt du reise laufen oder der liegt da ist er ums ich bin da und ich bin da und helfe und so ha 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 so fürs alcat verschyse verursacht und das dauert ja nicht lange zum trauf machen moment auf die hat krone очof der id Lynd shape ein fahrzeug sicher ja der war doch gerade ausgeladen ist wieder zurück im hinterm da vor die vor die hatte keine muni mehr ist noch im kreis ich hoffe eine beste so gut wie schrott ich brauche eine beste ich bin noch nicht geschafft guck mal das auto guck mal k 98 jetzt gab es gerade zwei typen rasiert ich finde das gerade heile 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 machen hier 13 bösewichte die zeit habe ich noch ob es wohl auch ich hab noch zeit ich hab noch zeit ich hab noch zeit ich hab ja das auto kann ich lustig sorry für den lärm das fenster hier zu machen holly molly das war krank Junge auch nicht so krach Junge bei h1z1 wär der typ am baum jetzt schon längst zu mir gerannt ne mit seiner schrubflände in der hand und dann bam ja ja hätte mich weggemacht aber das ist zum glück kein h1z1 das ist nicht so ak zum glück nicht ich bin jetzt an kreis gefangen du bist jetzt full life ne ich bin jetzt die gleiche gleichvoller als dem ab oh na wermind was für ein visier mal 8 boah ich treff nicht bleib ich den auch nein nein hinter beim stein genau hinter diesem dicken worms da ist er wenn es er geht zu seinem mate nicht 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 ja gib den auch der hast du granaten oder sowas die die da zurück 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 ne ne der ist hier drüben weil du kann ich schaden bekommst ich weiß doch da drauf der rennt holy shit auch davon ist ja schon der kreis noch mal team getötet der muni für mich ich kann die nicht liegen muss in kreis und kreis holy moly alter das ist so eine kraft komo karabiner und dieser das ist echt super kannst du halt auf range ordentlich rein bimsen muss sie näher kommen also also noch gelben streifen halte jetzt noch ein bisschen das rein und dann habe ich nur noch das rein kann man sich dabei eigentlich bewegen muss also nur ein bisschen zu links rechts aber kurz ich habe nicht mehr viel muni für meine score das scheiße ja aber die finster relativ ne das ist ja nicht dabei warum sind schüsse nein sechs du hast sechs leute schon gefehlt oder ja ich glaube ich glaube zwei ja drei zweier teams junge ich habe ein noch ein okay da hat mir ein headshot gegeben scheiße hat kein helm mehr auf doch oder hell war auch nicht so im arsch der hat genau auf die 12 geschossen auf die 12 fahrt alter ich habe zu spät gerafft ich hätte links nicht weiter in lauf ach scheiße aber trotzdem eine coole runde war der hammer